Da ist er ja, auf dem Stuhl. Sally, ich komme. Ich komme. Sally, bleib stehen. Ich komme, Sally. Ich komme. Mist. Nathan, du hast mir viel Ärger gemacht. Sei dir sicher, das hört jetzt auf. Du hattest die nicht, oder? Aber nein. Eine Lüge. Du weißt, ich bin ein Pirat. Ja, Lapsche-Kuh! Genau, mein Freund. Lach du nur. Ich komme. Kapelle 15. Ertrinken oder Schwimmen. Und die hatten Sally die ganze Zeit gar nicht. Das war nur eine Attrappe. Ist halt ein mieser Pirat. So, hier erstmal ein paar Granaten hier. So, der habe ich erstmal in die Luft gesprengt. Jetzt hier oben. Hier habe ich. Und das Schiff, das geht wohl unter. Wir müssen unbedingt hier raus. Wie viele Gegner sind hier, ist die Frage. Und das Wasser kommt auch immer näher. Gar nicht gut. Hier ist einer. Gerne habe ich. Sehr gut. Sniper-Trip. Gar nicht gut. So, hier oben. Genau, wir sinken doch. Hoffentlich kommen Nathen gut hier raus. Ich hoffe es ja zumindest. Liegt noch Munition. Gehe ich mal hier hoch. Hier ist er auch jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Das kannst du vergessen. Da mache ich nicht mit. Ja, der ist so sehr gut. Da war aber noch einer da. Wo denn? Ah, hier. Ach, hier. Komm her. Oh, tschüss. Weg ist er. Oh, nein, 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 nein. Wow. Wow. Nein. Jetzt bin ich fast schon wieder tot. Oh, nein, 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 nein. Noch mehr, noch mehr. Oh. So, jetzt aber. Nein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich mich verstecken soll. Jetzt habe ich Joven. Komm her. Ja, ich habe ihn. Sehr gut. Und jetzt noch noch Joven. Und der ist schon mal weg. Und das Wasser steigt immer und immer wieder. Gar nicht gut. Wow. Wow. Jetzt sind wir unter dem Wasser. Es heißt schwimmen. Komm Nathen. Hoch mit dir. Hoch. So, jetzt aber. Ja, Nathen muss unbedingt hier raus. Und alle Gegner sind wohl ersoffen. Geht jetzt hier entlang. Ja, sieht danach aus. So, jetzt aber. Jetzt hier rüber. Und Sally ist ja gar nicht hier. Wenn wir ja jetzt bereits wissen. Jetzt hier rein. Wow. Oh, oh. Oh. Das tut aber weh. Jetzt läuft das ganze Wasser hier raus. Wir müssen uns beeilen. Komm Nathen. Wow. Oh. Nein, 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 nein. Oh, oh. Nein. Wir müssen unbedingt hier raus. Unbedingt hier raus. Drücken. Drücken, Nathen, Nathen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Und jetzt Luft schnappen. Und jetzt Luft schnappen. So, jetzt aber. Wo geht's jetzt entlang? Ich hoffe ja in die Richtung. Ja, in die Richtung. Komm. Zieh raus damit. Und jetzt hier rein. Hier rein. Schnell. Bevor wir jetzt noch ersaufen. Schnell. Komm Nathen. Das schaffst du doch. Boah. Das war aber jetzt knapp. Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Wow. Jetzt nur. Gott sei Dank geht das ganze Wasser hier runter. Gut, das Wasser haben wir wohl abgehängt. Oder auch nicht. Wie geht's jetzt hier weiter? Doch, hier runter. Ah, nee, hier hoch. Sogar eine bessere Idee. Oh, das wird jetzt schwierig werden. Da wieder rauszukommen. Wow. Halt dich fest. So, jetzt haben wir hier so eine Rumpelkammer. Wir kommen jetzt da wieder hier raus. Können wir da hochklettern? Ja, das können wir sogar. Sehr gut. Und jetzt hier rein. Da ist nur eine Badewanne. Die wurde schon lange nicht mehr geputzt. Und jetzt hier hochklettern. Und jetzt auf der Seite. So, jetzt aber und rein damit. Und jetzt hier raus. Wow. Das ganze Schiff geht wohl runter jetzt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, jetzt wohl auffassen. Wir dürfen nicht runterfliegen. Wir dürfen nicht runterfliegen. Ganz langsam. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt hier rein. Wow. Und jetzt hier rüber. So, jetzt kommen wir hier in den Fahrstuhl rein. Das müssen wir jetzt wohl noch fahren. Ich hoffe es ja. Nein, nein, nein. Die Scheibe bricht ein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, oh. So. Wow. Jetzt bricht sogar die Scheibe hier ein. Was ist hier los? Okay, da ist ein Seil. Und jetzt hier rüber. Oh, oh. Und jetzt wohl dorthin hängen. Wow. Oh, oh. Oh, oh. Pass auf, Nathan. Boah. Da hat Nathan Drake wieder Glück gehabt. Und was für ein Action hier auf dem Schiff. Ja, wir müssen hier schleunigst raus. Oh, oh. Gut. Fahr zur Hölle, Habibi. Oh, Ramses ist jetzt wohl auch tot. Jetzt kommt wieder das Wasser. Oh, oh. Das kann hier was werden. Komm, Nathan. Renn. Wir müssen hier raus. Oh, oh. Ich glaub das Wasser ist wohl schneller. Aber wir haben's doch geschafft. Wir haben's doch geschafft. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Denk nicht mal dran. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Na, auch hier? Okay. Okay. Ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist, äh, ist Sully. Er lebt. Oh Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Wir müssen los. Wow, 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 wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens zwei Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Aber wir müssen's versuchen. Hör zu. Ich hab einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm sprengen müssen? Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sally? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Nein. Ich weiß.